Krug Expedition ist ein österreichischer Anbieter von hochwertigen, weltreisetauglichen Expeditionsfahrzeugen zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir planen, konstruieren, fertigen und montieren hochwertige Module, mit denen Sie die Welt entdecken können. Der erste Kontakt und ein Treffen finden in unserem Österreich-Headquarter in Schladming statt. Unsere Hauptniederlassung, ein Service-Center, eine Werkstatt und Stellplätze befinden sich vor Ort und bieten einen perfekten Rahmen, um alle wesentlichen Details zu besprechen, bevor ein Bauslot zugewiesen werden kann. Die Geschäftsführung, Mitarbeiter aus dem Vertrieb, unsere Techniker aus der Werkstatt und unsere Büromitarbeiter spielen alle eine wichtige Rolle, um einen reibungslosen Ablauf im täglichen Betrieb zu gewährleisten. Alle Krug Expedition-Module werden am Standort der Krug-Gruppe in Scherkasee in der Ukraine produziert, nahe der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Die Dauer des Herstellungsprozesses hängt davon ab, ob es sich bei Ihrem Modul um einen vollständigen Aufbau oder eine leere Kabine handelt. Nach Fertigstellung wird das Modul sorgfältig geprüft und dann per Cargo-Lkw nach Österreich überstellt. In Schladming angekommen, wird er mit seinem dafür vorgesehenen Lkw-Chassis verheiratet. Dies ist immer ein Highlight für die Crew, da ein Projekt in die Endphase zur Fertigstellung und zur Übergabe hinreift. Im Service Center unserer Zentrale werden die restlichen Arbeiten bis zur Fertigstellung eines vollfunktionsfähigen Expeditionsfahrzeugs erledigt und die Fahrzeugschlüssel an den Eigentümer übergeben. Eventuell notwendige Garantiereparaturen, unser reibungsloser After-Sales-Service, aber auch regelmäßige Wartungsarbeiten werden in Österreich durchgeführt. Das Kruk Expedition Headquarter dient auch als Treffpunkt und Kommunikationsdrehscheibe für unsere Kunden. Kruk Expedition ist die Heimat für Expeditionsreisende und Lkw-Enthusiasten weltweit. Willkommen bei uns!